Ah, eine Bibi-Kuh und eine große. Kommt mit. Kommt mit. Seid liebe Kühe. Aber guck mal, wie brav die hinterher kommen. Du hast endlich Freunde gefunden, oder? Ja. Nee, komm nicht rein. Soll ich denn mal oben ein Schlafzimmer bauen? Ah nee, das geht schon so. Guck mal, die kommen ja nicht durch. Ich seh's nicht. Ich seh nur deinen Namen, wie du die ganze Zeit hin und her gehst. Ach ja, die kommen durch einen Zaun kommen die nicht. Ich musste eins nochmal eben fix abbauen, wenn du nackst hast. Dann geh ich außen rum. Dann geh ich den kürzeren Weg außen rum. Außer wenn die da rein wollten. Äh, sorry, jetzt gucken sie mich an. Ich hab dir deine Freunde geklaut. Sei nicht so interessant für meine Kühe. Ey, mein sexy Körper ist einfach das Wessel für die Kühe. So, ich bau mal den Keller ein bisschen weiter. Ja komm, bist du weg schon und kommen sie mir wieder hinterher. Ja, nee, ist klar. Kannst du mal sehen. Ja. Die mögen... Ah, ich seh die Spinne. Die greifen mich tagsüber nicht an. Oder? Skit! Es brennt. Schön. Ey, 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 nicht wegrennen. Ich hab, ich hab, ich hab, ich hab Beizen. Cool. Dreh mir nicht über den Hintern zu. Ich sag ja, es ist schwer, Freunde auf dieser Welt zu finden, oder? Ja. Deine Kühe sind blöd. Das sind deine Freunde, nicht meine. Hm, was könnte ich denn hier reinmachen? Irgendwie die beiden, die ich grad angedrückt hab, die checken so irgendwie nicht, was sie mit dem Beizen machen sollen. Ähm... So, ihr beiden Kühe. Ja, schön, dass du da Herzchen hast. Der da drüber hat auch Herzchen drüber. Komm mit. Komm. Ich führe euch zueinander. Ich muss, ich muss echt mal gucken, was ihr tut. Das ist bestimmt interessant. Wir tun eigentlich gar nicht. Dort könnt ihr dann sehen, liebe Zuschauer, wie die Amy versucht, die kleinen Kühe hier weiter fortzupflanzen, damit noch weitere kleine Babykühe rauskommen. Und die kommen dir schon wieder nicht hinterher. Doch, die stehen hier. Warte, ich schieb sie mal rein. Geh rein. Babykühe. Babykühe. Geh rein. So. Hab ich noch Zaun? Ja, ich hab sogar noch Zaun. Du hast meinen Zaun kaputt gemacht. So. Entschuldigung. Ach, warte mal, wo du jetzt... Ja. Warte mal, sind die Kühe gerade alle hier? Super. Was tust du? Achso. Wo sind eigentlich deine Hühnchen? Äh, verteilt auf das ganze Feld hier. Die muss ich einfach umbringen und neue machen. Kuh, geh da rein. Wie willst du neue Hühner machen? Ähm, ich kann das. Irgendwie. Nein, nein, nein. Wie lässt du das sehen? Nein, 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 nein... Nein, du... So. Geh mit deinem doofen Getreideweizen weg. Mann. Jetzt hab ich mich eingesperrt. Passiert. Willst du Weizen haben? guck mal, guck mal, ihr wisst am, wisst am, auch, ist einfach aufs Gesicht gestiegen, sorry, tu ich das öfter mal, so, bist mein Sklave immer noch, weißt du doch, ja, 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 das hätte ich jetzt auch gesagt, so, ach, mein Feld ist fertig, jedenfalls ein Teil, ach ne, ich warte noch, bis das alles fertig ist, Sparzeit, Sparzeit, ja, ich glaube, ich stelle, ich glaube, ich befördere dich wirklich auf 6 Cent oder so, Yeah, stimmt, darüber haben wir ja noch lange nicht mehr geredet, stimmt, ich muss echt mal deinen Gehalt endlich mal so, weiß ich nicht, so Festanstellung oder so, möchtest du Festanstellung haben? Ja, 7 Cent pro Folge, ja, ist okay, oder 10, klingt besser als 7, nein, 7, nicht, ich kann, nein, 7,5, du kannst es nicht hochhandeln, nein, geht nicht, 7,5, was bekomme ich dafür? Das will ich hier nicht erwähnen Okay, machen wir, machen wir, ja, ist jemand Okay So Fuck ich dann auch schon mal Weizen rein Was lachst du denn jetzt so? Naja Es ist doch nichts Schlimmes, was wir dann vorhaben, weißt du doch Nee, so gar nicht, wir waren jetzt eigentlich die ganze Folge nur hier zu Hause, oder? Genau, richtig Wir sollten vielleicht doch mal was anderes machen Okay, warte mal, ich räume jetzt eben nochmal einfach mal hier so da ein bisschen Zeug sein, sollen wir dann einfach mal irgendwie auf Reise gehen oder so? Einfach mal spontan Ja, dann müsst ihr auch vorher noch meine Tasche packen Deine Tasche packen? Meine Tasche packen Ich tasche meine Packe, äh, ich tasche meine Packe, ja Ich packe meine Tasche und packe ein, ein Schwert Was packst du ein? Kekse Kekse, okay, ich nehme auch ein 64er Stack mit Ich habe sogar drei davon Äh, Fackeln nämlich, möchtest du Fackeln haben? Ich habe noch, äh, zwei Stacks, nee, ja, zweieinhalb Stacks so circa noch Ja, okay Ich packe einfach mal meine ganzen Sachen irgendwo rein Okay Ähm, ich habe auch noch zwei Stacks Eisen, davon kannst du dir auch noch einen mitnehmen Nur Holz müssen wir dann unterwegs mal Warte hier Äh, so, warte Warte mal, ich gebe dir jetzt einfach mal das Eisen, das wird schon reichen, irgendwie Äh, was brauchen wir denn noch? Ich habe auf jeden Fall einen Kompass, damit wir wieder zurückfinden Ich habe Achso, ich wollte gerade fragen, wo habe ich denn das Eisen her? Ich habe es dir gegeben Ähm Ah, hier habe ich übrigens noch Thron, okay Okay, ich bin gewollt Also ich habe jetzt 47 Melonen, 30 Steaks 14, 74 Mal Brot und Viele, viele Kekse Ich denke mal, das reicht, oder? Ähm, hast du ein Schwert? Ja Okay Ich bin bereit, ich bin bereit, ich bin bereit Okay Wohin willst du? Nach Hause Nein Okay, ähm Entscheide du Okay, da hinten war ich schon, da war ich in der Höhle Das Doofe ist, äh, ich habe hier große Biome angegeben Das heißt, wenn wir hier, was weiß ich was, geradeaus einmal, was weiß ich was, eine Stunde lang laufen würden Dann, ähm Ja, dann laufen wir die ganze Zeit eigentlich nur über Grasland Kann ja gar nicht in den Ausschnitt gucken, Mann Ja, liegt daran, dass da keiner ist Das ist ein In Minecraft gibt es sowas noch nicht Ist noch nicht erfunden Okay, ähm Ja, das ist kein Das ist ein Pullover Für den Winter Mit kurzer Hose Ja, na und? Läuft doch Okay, ähm Wollen wir einfach mal hier geradeaus laufen Kann man ja mal machen Ey, hier war ich auch schon lange nicht mehr Hier habe ich, glaube ich, mal irgendwas gesucht Ich habe nur keine Ahnung was Neben dem Loch bin ich gerade gefallen Ich fall immer in irgendwelche Löcher Da kann ich ein Lied von singen Sing uns ein Lied Nein Äh, wie viele Herzchen gibt eigentlich so ein Keks? Einen, ne? Eins Okay, dann habe ich auf jeden Fall jetzt 64 Herzchen Warte mal, ich nehme mal ein paar Rosen mit Dann schicke ich sie dir Oh Ne, ich mache noch roten Farbstoff raus Muss ich leider enttäuschen Nein, so fies bin ich doch nicht Jetzt hast du es dir versorgt Nein Doch Wo bist denn du jetzt eigentlich gerade hin? Ich bin ins Loch gefallen In mein Loch? Also in dieses Loch da hinten, nicht in das Loch Das wäre ein bisschen eklig Ein bisschen Okay, das wäre wirklich sehr eklig Ja, jetzt bin ich wieder draußen Okay, hier bin ich Hallo Okay, einfach mal hier geradeaus Ach, das Let's Play Ah, das hat mir weh getan Du hast einfach Fallschaden genommen Von zwei Blöcken Wenn man zwei Blöcke runter springt Dann bekommt man Fallschaden Voll cool, ne? Ist ja auch scheiße Kannst du vielleicht ein bisschen langsam Ich sehe dich nur von hinten wie die Krümel da Renn einfach Geht nicht Schaf Hallo Schafi Wer ist denn die Schere mitnehmen sollen? Das zum Thema Du lässt dich leicht ablenken Wie war nochmal das eine Thema Von wegen mit der Sonne? Ja, ich wollte nochmal zur Sonne abbiegen Und weg euch Also Nicht ablenken lassen hier, ne? Wir gehen jetzt einfach der Sonne entlang, okay? Dann ist das wenigstens schon Ein schönes Thema Und so Ja, immer der Sonne entlang Immer der Sonne entgegen So Guck mal, da ist Wasser Komm her Annie Annie Komm her Nicht ins Wasser gehen Nicht ins Wasser gehen Nö, da ist eine Höhle Ich bin in ein Loch gefallen Ah Oh, scheiße Oh Oh, da wäre ich fast runter Okay, klingt gut Hier war ich glaube ich Oh, Alter, ich sehe viel Eisen Komm mal hier runter Hast du eine Spitzsacke? Ja, nicht hitzen Ah, cool Da hast du mir eine Spitzsacke Ja, die hast du mir doch vorhin geschenkt Echt? Ja Cool Ich habe dir Sachen geschenkt Da ist ein Zombie Da ist ein Zombie Hey Fledermaus, Fledermaus, Fledermaus Achte, 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 achte Da, 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 da Oh mein Gott, ist das niedlich Oh mein Gott Nicht hauen Ich wollte den Zombie hauen Geh tot Nicht, nein, nicht, nicht hauen Ist voll süß Eigentlich war ich schon vor ein paar Folgen in der Höhle Aber egal Mit dir machen wir das jetzt einfach nochmal Ja, das wird bestimmt viel lustiger Wahrscheinlich verlaufen wir uns dann einfach nur ständig Weil in der Höhle war ich auch noch nicht Ach ja, lass uns einfach mal Smaragde finden, okay? Ja, das klingt gut Das machen Ja, da, da Du schaffst das schon Du schaffst das schon Blödes, ich hab keine Fackeln, glaube ich Aber ich hab die alle zu Hause gelassen Ja Ne, ich hab Holz und Kohle, das geht schon Da, 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 64 64 Die nehm ich auch nicht Da nehm ich einfach die Stickies Boah, geh weg, Zombie, geh weg, Zombie Geh weg Und ich steh hier mitten im Gang mit Foto Erstmal Kekse So, einfach mal komplett runter Mal gucken, was hier so ist Alter, hier ist hier Eisen Äh, ja, dann bau ich das mal eben ab Toi, jetzt passfand meine Hintergrundmusik wieder Ähm, hier unten, ich glaub du warst hier schon mal Echt? Sind da unten schon Fackeln? Ne, aber hier ist was gebaut irgendwie Warte, ich komm gleich Ich weiß nicht, ob du da schon mal warst Wie gesagt, ich bin noch nicht so lange dabei Schande über mich Ich bin noch nicht so lange dabei, aber Ähm, das sind Minen, Stollen Da war ich noch nicht Ich hab noch nie ne Miene gehabt in Minecraft Die sind eigentlich ziemlich langweilig Sind verzweigt und Boah, Alter, was ist Alter, sieht das geil aus Warte mal So, wir gehen da runter Warte Das sieht aber echt mal cool aus Ähm, ich hab hier noch einen Weg runter gefunden Äh, wo bist du denn? Ich bin Ja Hallo Ja, genau in die Richtung Da ist ein Ding nach unten bei mir Oh, fuck, fuck, fuck Pass auf, pass auf, pass auf Hier ist ein, ähm, kleiner, äh, Spinn-Spawner Pass auf Pass bloß auf Ne, bei mir ist da ne Wand Wo bist denn du? Ich bin da, wo du vorhin lang gegangen bist Da bin ich links abgebogen Dieses lang hier? Ne, da zurück zu dem Wasser Es wird Nacht Ja Ach da, komm mal runter Hier bin ich links und dann geht's hier runter Warte Ach da bist du Ne, komm mal am besten hier runter Hier ist ein richtig cooler Minenstoll Den musst du dir mal angucken Mit Brücke und so Alter, sieht das geil aus Das ist Spinner Pass auf, pass auf, pass auf Das sind, äh, mach dir sofort platt Das sind Gift-Spinnen Pass auf Was zur Hölle? Und dann sagst du, ich soll runterkommen Hier ist das Skelett Auf jeden Fall ziehen die dir da ein Gift ab und so Warte, ich versuch mal eben den Ding Spawn auf Scheiße, 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 scheiße Das glaubst du? Nee, noch nicht Warte Ich meine, oh Ich meine, ähm, gut Ja Das zum Thema Bereicherung, was? Ja Oh, fuck, 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 mach die tot, mach die tot, mach die tot, mach die tot Du bist doch schon tot Nein, ich hab Axt vor diesen Oh, sorry Knipst das Licht aus, ja, machst du richtig Kannst du mal sehen, du Dazu bin ich auf jeden Fall da So Du hast echt noch nie einen Mean-Stollen? Oh, fuck, Alter Nein, 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 aufpassen, 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 nein, 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 aufpassen, aufpassen Das ist nochmal so ein Macht doch gar nichts, ich bin doch vorsichtig Nein, hier ist nochmal so ein scheiß Alter, Alter Komm, hier Bist du denn? Irgendwo Hi Entschuldigung, das war ich Au, die hat mich gehauen So, jetzt warte Oh, geh weg, scheiß Spinner Ich höre überall Zombies Bist du denn? Den doofen Spinspawner Äh, Spinspawner Den Spinspawner Den Spinspawner kaputt machen Alter, Vater, was geht denn hier ab, ey? Krank Zwei Spinspawner nebeneinander Hatte ich auch noch nie Hier ist ein Zombie Na komm her, Zombie Du musst auf jeden Fall aufpassen, dass wir uns nicht verlieren Willst du? Irgendwo hinter dir auf jeden Fall Ich sehe deinen Namen noch Ja, schön, dass du hinter mir bist Ich begutachte dich gerne von hinten, das weißt du Ja, mag ich schon Boah, ich liebe es, wie diese Musik einfach zu dieser Höhlenatmosphäre verpasst Eigentlich habe ich den Leuten hier, äh, atmosphärische, perfektionierte Musik, äh, geboten Äh, beziehungsweise versprochen Aber es kommt erst ab Folge, ich weiß nicht, 10, 20 Ich weiß nicht, welcher Folge wir gerade sind Das bringt auch nichts, wenn du das jetzt nochmal erwähnst Ja, weil ich es eh wieder vergesse So Okay, da ist eine Sackgasse Warte mal, habe ich Cobblestone Vier Stück, toll Hier geht's noch Ah Scheiß, Wasser, ey Geh weg Was soll ich mal alles kaputt machen hier? Nein, das war's schon Ich wollte nur die Kohle haben Lass mich Warte mal, vielleicht geht's da ja Da geht's glaube ich noch weiter Da ist auf jeden Fall noch ganz viel Wasser Da gibt's Wasser Bevor du das aufmachst, lass mich bitte die Kohle abbauen Bevor ich's ausmache? Aufmache Das Wasser drängen Wenn du das aufmachen willst Autsch Ich hab's noch gehört Entschuldigung, ich glaub das war ich Nicht schlimm Noch genug, Härtchen Ähm Wo kommt denn das Wasser hierher? Nur fast ja noch Kekse Oh, sorry Jetzt bin ich nass Es tut mir doch so leid Ja, ja Okay, wo kommt das Wasser her? Hier hinten ist noch ne Höhle Boah, das kommt da von ganz oben Moment Alter, da sieht auch geil aus Wo bist du? Ich hänge im Spinnennetz Da bist du, okay Hä, kommt da trotzdem noch Wasser runter? Oh, oder auch nicht Cool Endlich mal ne normale Höhle Wow Weil diese Minenstollen sind echt nach ner Zeit nervig Weil es die ganze Zeit einfach nur nach links und rechts geht Und es ist einfach nichts passiert Wow, wow, wow Der Creeper, Creeper, Creeper Okay, da ich den Creeper will jetzt entdecken, wo du bist Ja Da bin ich Du bist nicht grad eben noch da oben Ja, ich weiß es nicht Ich verirr mich hier eh ständig Okay, wir sollten eindeutig zusammenbleiben Ja, zu nöt können wir uns hin und her teleportieren Das denk ich mal Dann ehrlich was wir hier